hallo ich bin robin und der julian ist nicht da weiß ich gar nicht warum wo ist denn der julian hallo ja hallo ah da bist du ja hallo julian wie geht's ja gut ja toll wir machen jetzt team deathmatch mit bots auf veteranen weil wir es können was machst du da drück auf start ja super ja diesmal ohne cam weil robin braucht noch akku auf seinem handy ich hab noch 19 prozent ja noch weniger werde ich nicht abgebrochen wir nehmen wir gehen wohnung auch feige so ja die bot sind übrigens auch veteran habe ich schon gesagt die haben ja also hardcore sind die aber die haben schon auf jeden fall ja wer sind denn die nein das war mein kill achte gar nicht geschossen aber egal das meinte wir sind hier drin ach du bist unten ja sicher was bist du für ein arsch wegen dir sterb ich nur ja ich auch haha jedenfalls scheiß'n das ich hab ich hab einen ich echt 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 ich hab einen ich hab einen ich hab einen geh doch mal rein alter das sterben wieder ja bin drin jungen ohja schön für dich ja stell das mal hier ah vorsicht alter die der mich weggezogen hat mit der snühe alter wir sind so schlecht ne ja wir beide gegen die ganzen bots das sind der teams aber alter die spawnen das ist halt ne kleine karte die spawnen überall ja wir haben uns in den arsch schieben ey das haben wir keine chance ey ab ins haus ja alter wo stehen wir auf dem platz oh auf dem 7 stehen wir sind total schlecht alter oh ich würd sagen julian stirbst du wieder oder ne ich glaub nicht ich glaub ich bleib hier sogar wo ich bin ja ok bleib da aber da bin ich sogar sicherer ja alter hier bin ich sogar sehr sehr gut ok also ich muss hier campen sonst sterbe ich scheiße ja es sind zu viele was wir zu machen ne ach ich bin bei dir glaub ich ja hey julian ich komm her julian äh 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 wenn ich komme her ansonsten ические müßte ist noch hocken wupp äh wenn die mit einer Sniper gleich easy hocken. Meinte Sohre du bist? Digga, bestimmt wir auch. Alter, sind wir schlecht. Okay, einer müsste jetzt gleich kommen, weil der weiß, dass wir hier sind. Soll er herkommen, ich mach ihn fertig. Ich schwör's. Ist echt langweilig, hier ist ja gar keiner. Das kommt, die kommen jetzt gerade aus Haus gelaufen. Oh, nein! Ich hab doch gerade... Aber... Warum? Alter! Alter! Die Schieter, wenn der... Ähm... Ähm... Panterfausten. Das ist ein Schieter! Ja, die Portfolio runterhalten. Jungs, nichts. Anke, ja, wo sind die anderen kommen, ja. Ich mache euch alle fertig, ja, nein, das war ich nicht. Ja. Ja, Alter. Jetzt hätten wir die andere große nehmen sollen. Alter! Junge, es läuft gerade bei mir. Ich steig's ja auch schon weg. Es sind auf den 20. Alter, mir ist ein total schlecht. Hättest du mich ja mal retten können. Ich seh dich doch nicht, weil du rennst ja immer irgendwo hin. Boah, ich wollte schon auf die Kamera gucken, aber das ist ja gar keine. Ja, das ist jetzt gerade ein Unterschied. Digga, komm, komm. Hier, aber bleib da wo du bist. Das ist auch wieder gut. Hä, das ist ein Typ bei dir gewesen. Noi. Alter. Die sind so scheiße. Direkt aus Borntod. Also für dich. Ja, die Map ist zu scheiße für so viele Teams. Was? Was hat er gesagt? Zurück, zurück. Hinten. Er kommt nicht mehr. Ja, es sind zu viele Teams für die Map, Alter. Dauer wo vor sich dahin ach shit ist das so im Gotzen ey Alter das ist ja nicht mehr feierlich das ist noch 4 Minuten ey ich bin hier ja das können wir gar nicht gewinnen ey feind ist ja klar wenn ich einmal weg bin und das war einer ey Alter ist so bei einer wie im Onlinespiel hier schlimmer als im Onlinespiel weil da sind nicht so viele Leute der ich komme niemals in der Wohnung rein ich bin schon tot ich bin in der Wohnung kannst machen was du willst das schaffst du hier nicht Alter ich spawn und bin tot ist geil Alter Hauptsache ich will Last Kill haben was ist das ich hasse die Leute so scheiß Granaten ich weiß Nein ich habe einen Wächter das ist gut hier ich bin ich hab ich ich bin ein Haus ich bin ein Haus ich bin ein Haus Rächter, hier ist jemand. Okay. Bei mir siehst du das ja dann. Ja gut, wir haben das Haus leicht eingenommen. Das führt uns auch nicht zum Gewinn. Wir stehen auch... Bis das Ding hier kaputt geht. Ey, wo stehst du da drauf? Die sind alle da unten und warten, bis das Ding weg ist. Ja, jetzt kommen die hoch. Das geht doch niemals. Das sind zu viele für diese kleinen Minimap, das ist das Problem. Das kommt gleich zu mit Leuten. Man kann nichts machen, tatsächlich. Also... Spawn schon ineinander, so wenig Spawnsätze gibt es. Warte mal. Ja, so. Ihr geht zu Ende, die Folge. Nur 22 Sekunden, dann kannst du das zurückgehen. Ich sehe nicht. Du stirbst dich nicht. Scheiße. Man, nicht deiner. So. Ich wollte doch Lasskill haben. Komm, Lasskill. Nein! Wo sind wir? Wir sind die behindert. Aber wir sind Wölfe. Ja. Bord, Junge. Nein, Bord. Ich? Oder du? Nein, ein Bot. Hat dich erschossen. Ja, sicher. Mich kannst du doch gar nicht erschossen. Digga, wer ist denn Erster? Die Söldner. Ja, Mann. Die Söldner. Ja. Und... Ja, gut. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video von Black Ops 2. Macht's gut. Und ciao. Nichts, ciao. Deine Wölfe. Ist mesmo, wis dz pewno nicht. Da, die Söldner. Da, sie watha với Behegeber. Das selten.